Heute ist ein sehr ruhiger Tag im Polizeibüro. Die beiden ChefinspektorInnen Lara Fischer und der Mark Hovatsch sortieren alte Berichte in Ordner ein und sprechen über vergangene Einsätze. Schau, hier ist wieder eine der Akten zum berüchtigten Bomber. Der hat uns schon Nerven gekostet. Oh ja, der macht seinem Namen alle Ehre. Aktuell sitzt er aber zum Glück wieder mal. Gib mir die Akte, ich habe den Ordner hier. Der ist ziemlich schmal für das, was der schon alles angestellt hat. Tja, wir heften ja in Papierform nun mal kleine Teile ab. Für einen Gesamtüberblick müssten wir in der Datenbank nachsehen. Kannst du dich eigentlich an den Einsatz hier erinnern? Dabei sind wir komplett nass zurückgekommen. Der Schüttregen damals hat uns ziemlich überrascht, ja. Oh, eine E-Mail. Ich schau gleich mal nach. Sie ist vom Polizeipräsidenten. Er gibt morgen ein Interview bei der Presse und möchte ein paar Informationen dafür. So will er zum Beispiel von den Beuten wissen, was der durchschnittliche Beutewert war, sowie was der größte, aber auch der kleinste Wert war. Außerdem will er auch wissen, wie groß der gesamte erbeutete Wert der in der Datenbank gespeicherten Beuten ist, wie auch die höchste Versicherungssumme für eine Beute. Na dann lass uns die Informationen aus der Datenbank heraussuchen. Die gewünschten Daten stehen in der Tabelle Beute. Dann wollen wir zunächst den durchschnittlichen Wert der gespeicherten Beuten berechnen, also AVG für Average und zwar vom Wert. Die größte Beute lässt sich als Maximum des Werts berechnen und die kleinste mit dem Minimum. Die Gesamtbeute ist die Summe aller Beutewerte. Und für die Berechnung der höchsten Versicherungssumme nehme ich wieder die Aggregatsfunktion Max. Sieht gut aus. Und jetzt zeige mal das Ergebnis an. Super, das ist es. Diese Zahlen kannst du gleich in die Antwort-Mail kopieren. Was wollte der Polizeipräsident eigentlich noch wissen? Hier ist die Mail nochmal. Wir brauchen also unter anderem noch die Anzahl der Verurteilungen von Bomba. Klar, der ist ja auch berühmt-berüchtig. Gerade haben wir noch von ihm geredet. Ja, von ihm wurde ja auch viel in den Zeitungen und im Fernsehen berichtet. Na dann, schauen wir doch in der Verurteilungstabelle nach. Wir wollen also zählen, wie viele Einträge es vom Bomba in der Tabelle Verurteilung gibt. Nur, wie weiß ich, welche Einträge zum Bomba gehören? Ich weiß eine Personen-ID nicht auswendig. Die könnten wir aber eigentlich in der Tabelle Person nachsehen. Dann verbinden wir also die Tabelle Verurteilung mit der Tabelle Verdächtiger. Und zwar über die gleichnamige Spalte Pairs-ID und mit einem Inner-Join. Ja, klingt super. Und wir schränken die Abfrage auf den Bomba ein. Wir wollen ja dann nur seine Personen-ID zählen. Ach ja, und schränke bitte auch den Bandennamen auf Wildhunde ein. Ich bin mir nicht sicher, ob es eventuell mehrere Verdächtige mit dem Pseudonym Bomba gibt. Okay, nun fehlt nur noch der Inhalt für Select und unsere Abfrage ist fertig. Wir wollen nun also zählen, wie oft die Personen-ID des Bombas in der Tabelle Verurteilung steht. Also kommt in Select, Count, Bairs-ID. Schaut gut aus. Ich denke, wir sind fertig. Lass mal das Ergebnis ansehen. Das kannst du gleich zur Antwort-Mail hinzufügen. Andere Frage. Hätten wir eigentlich auch Count Stern in der Abfrage schreiben können? Hm, lass mal überlegen. Also, die Abfrage, so wie sie ohne dem Count aussieht, liefert uns die Tabelle Verurteilung. Wobei diese mit der Tabelle Verdächtiger verknüpft wurde. Wir hätten also sozusagen eine Verurteilungstabelle mit Zusatzdaten aus der Tabelle Verdächtiger, die entsprechend der Bairs-ID zugeordnet wurden. Davon haben wir nur spezielle Einträge, nämlich die, bei denen das Pseudonym Bomba ist und auch der Bandenname unserer Angabe im Where entspricht. Wir haben also nur mehr Daten vom Bomba in der Liste. Und zwar genau so viele, wie er Verurteilungen hat. Die Tabelle Verurteilungen wurde ja nur mit Spalten ergänzt. Jede Zeile entspricht einer Verurteilung. Wir brauchen also nur alle Zeilen zu zählen. Wir könnten uns das ansehen, wenn wir statt dem Count im Select nur Stern alleine schreiben. So sieht das Ergebnis der Abfrage vor der Zählung aus. Also ja, wir könnten die Verurteilungen vom Bomba auch mit Count Stern zählen, da wir nur seine Verurteilungen in der Liste haben. Das ergibt Sinn. Danke für die Erklärung. Was stand sonst noch in der Mail? Will er noch etwas für sein Interview wissen? Hm, er will noch wissen, wie viele Personen bisher verurteilt wurden. Also wie viele Personen in der Tabelle Verurteilung stehen. Das kriegen wir hin. Das heißt also Select Count von Pairs-ID. Und zwar mit den Daten aus der Tabelle Verurteilung. Ähm, ich glaube, das stimmt nicht ganz. Mit dieser Abfrage werden alle Einträge in der Spalte Pairs-ID in der Tabelle Verurteilung gezählt. Also alle Einträge der Tabelle Verurteilung, bei denen die Pairs-ID nicht null ist. Damit zählen wir aber Personen doppelt oder sogar mehrfach. Denn wir haben Ihnen nicht angegeben, dass wir jede Pairs-ID nur genau einmal zählen wollen. Oh, stimmt. Um Mehrfacheinträge in der Spalte nur jeweils einmal zu zählen, brauche ich das Distinct. Das kommt in das Count rein, soweit ich mich erinnern kann, oder? Ja, schreib es vor Pairs-ID in die Klammer. Dann ergänze ich die Abfrage aber gleich auch noch mit einem Alias. Dann sieht das Ergebnis gut lesbar aus. Perfekt. Somit haben wir alles und ich kann die E-Mail mit den Informationen für das morgige Interview schicken. Ich mache mich dabei wieder ans Einordnen der alten Akten. Ich mache mich dabei an alle E-Mail mit den Barcelona-Tronen. Ich nehme mich mit dem Laughing knife, das denn sie wieder andet sich bei einem corporation-Tronen. Ich meine, ich mache mir auf jeden Schnitt. Ich lasse Arbeit. Hel 여기는� Amen. Ich mache mich dabei an Á Chanel. Vielen Dank.